Nee, als Model sitzt du nicht da, siehst gut aus, fährst nach Hause und sahnst deine 10.000 Euro pro Tag ab. Mir geht es so auf die Nerven, dass solche Klischees und Mythen von Leuten entstehen, die keine Ahnung von dieser Branche haben. Immer dieses, als Model musst du doch nur gut aussehen oder ja, als Model muss man doch nichts können. Und was ich auch immer noch total oft höre, ja, Models sind ja dumm. Ich meine, was soll das? Also arbeitest du als Model, kannst du das beurteilen, weißt du, wie diese Industrie abläuft, weißt du, was zu dem Job als Model gehört. Ich verstehe immer nicht, warum sich Leute in eine Branche einmischen, die keine Ahnung davon haben.